Musik Hallihallo Hallöchen und herzlich willkommen liebe Joder Freunde Wir befinden uns hier im Zombie Modus von Black Ops 4 Und heute möchte ich euch zeigen wie schon im Hintergrund zu sehen ein Unsichtbarkeitsglitch Die können euch quasi nicht sehen, die bleibt, die spawnen quasi aus dem Fenster oder irgendwo her Und bleiben quasi stehen, töten euch nicht, springen euch nicht hinterher und 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 So und was ihr dazu braucht ist eine Spezialistenfähigkeit und zwar diesen Stab hier Den müsstet ihr ganz am Anfang ausgerüstet haben und dementsprechend noch Splittergranaten reinpacken Dann passt es schon, dass ihr euch später selber töten könnt So, ihr versucht hier jetzt den Stab quasi auf 3 zu bringen Indem ihr einfach Zombie tötet und 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 Dann geht es relativ schnell hoch Der Stab ist spätestens in Welle 8 oder 9 müsste der Stab voll sein Der braucht relativ wenig Energie und sehr schnell ist der voll So, hier unten, so soll es dann später aussehen, wenn ihr den auf 3 gelevelt habt Und dann geht ihr hier hoch Und dann tut die Spezialistenfähigkeit aktivieren Und dann R1 und R2 Und dann tötet euch außerhalb dieses Kraftfeldes Und nun wartet ihr bis der Balken fast runter Abgenommen hat Und dann rutscht ihr rein, kurz davor rutscht ihr rein, jetzt rutscht ihr rein Und dann werdet ihr wiederbelebt von dem Spezialistenstab quasi, sag ich jetzt mal Und dann habt ihr schon den Glitch erfolgreich absolviert Die Zombies sehen euch jetzt quasi nicht Ihr könnt die Zombies töten Die spawnen auch jeweils immer Und einfach Headshot und ihr könnt die wunderbar töten Ich finde den Glitch relativ geil Wenn ihr jetzt zum Beispiel vorhabt, das große Easter Egg zu machen Es ist aber relativ nervig Ihr seht es jetzt im Hintergrund Mir fehlt jetzt quasi noch ein Zombie Und es ist relativ schwierig den Zombie dementsprechend zu finden Wenn ihr viel rumspringt und rumlauft auf der Karte Dann müsst ihr einfach gucken, wo der letzte dackelige Zombie spawnt Und da spawnt er in dem Fall Und töten und dann seid ihr schon Welle 13 Wie gesagt, der Glitch kann ich mir gut vorstellen Wenn man das im Haupt Easter Egg macht Aber nicht ganz am Anfang, sondern irgendwo dazwischen rein Wenn es also richtig hart zur Sache geht Dann könnt ihr den Glitch machen Und dann sind die dementsprechend unsichtbar Oder ihr seid unsichtbar und ihr könnt die Zombies wunderbar töten Ohne zu sterben Die da machen euch dementsprechend ein bisschen Schaden Aber nur wenn ihr direkt davor steht quasi Vor dem Gladiator, habt ihr gerade gesehen Der wirft eine Axt auf uns Und dementsprechend nehmen wir ein bisschen Schaden Die große, ich sage mal, Witwenmacher dazu Die große Spinnen, wenn die sich verwandeln Die machen euch auch dementsprechend Schaden Sprich, die laufen euch hinterher Und fügen euch dementsprechend Schaden zu Da kommt so ein Witwenmacher Sage ich jetzt mal dazu Und der verfolgt euch auch dementsprechend Also passt, wenn so einer spawnt Passt ein bisschen auf Ihr könnt bei dem lockerflockig sterben Wenn natürlich 2, 3 kommen, habt ihr ein richtiges Problem Aber normalerweise Ja, ist eigentlich kein Problem Wenn man ein bisschen aufpasst So, der Glitch ist jetzt, wie gesagt Schon lang aktiv Ich habe das jetzt bis Welle 30 oder 40 gemacht Dann ging es mir irgendwann auf den Sack Aber wie gesagt, ich kann mir den Glitch sehr gut vorstellen Im Haupt-Easter-Act Funktioniert immer noch einwandfrei Mit dem aktuellen Patch Probiert es einfach aus Ich lasse jetzt das Video noch ein bisschen laufen Dass ihr quasi die Spawns seht Wie die spawnen die Zombies Und wenn es halt später Wenn es weniger spawnet Wird es ein bisschen zäh Und dann müsst ihr halt ein bisschen rumlaufen Ein bisschen suchen Und so weiter und so fort So, liebe Judo-Freunde Vielen Dank fürs Einschalten Verwende den Glitch Der ist aktuell immer noch wunderbar verfügbar Und funktioniert Ivan Fifi Haut rein Euer Kingline83 Penetriert den Like-Button Ciao Bis dann Bis dann Bis dann Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.